Die Mac&Eye hat Programme zur Fotoentwicklung auf macOS angeschaut, also sowas wie Adobe Lightroom. Mein Name ist Sebastian Treppisch und ich gebe mal einen kleinen Überblick über die Testkandidaten. Wir beginnen alphabetisch mit ACDC Photo Studio 9, eine Software, bei der man auf die Finder-Ordner direkt zugreift. Und der Bildbrowser, der ist sehr zügig. Man kann die Metadaten verändern und hier eintragen. Es gibt eine Personenerkennung, die bei uns auch im Test deutlich besser funktioniert hat als bei Lightroom. Was uns aber nicht so gut gefallen hat, ist das Entwicklung-Tool. Also da brechen die Farben schnell mal aus und man muss wirklich fein einstellen. Denn von der Bildqualität liefert das nicht so gute Ergebnisse wie die besten Konkurrenten. Da sind wir auch schon bei Adobe Lightroom. Lightroom ist auch super fix, der Bildbrowser. Es ist der ganze Workflow ziemlich gut auf Geschwindigkeit optimiert. Man kann hier schon im Bibliotheksfenster die Bilder aufeinander abgleichen und zum Beispiel hier dieses Bild ein bisschen abdunkeln. Damit es eher in die Reihe passt. Das ist sehr schön gelöst. Die Oberfläche, sie sieht immer noch so aus wie vor zehn oder mehr Jahren. Also wirklich uralt. Es ist die Lightroom Classic Version. Es gibt ja eine neuere auch, die aber die Bilder in der Cloud speichert. Also viele arbeiten auch einfach lieber noch mit Classic. Aber Adobe hätte da schon mal auch die Oberfläche und wo welche Bedienelemente sind, noch ein bisschen modernisieren können. Denn generell gibt es moderne Funktionen. Ja, zum Beispiel diese Motiverkennung auf KI unterstützt. Hier wird mir die Person, wenn es jetzt klappt, jawohl, markiert, sodass ich die einzeln bearbeiten kann. Oder es gibt diese adaptiven Presets. Nein, Pop wollte ich nicht Porträt verbessern, wo dann das Gesicht noch genauer aufgeschlüsselt wird und ich dann zum Beispiel die Haut oder die Pupille bearbeiten kann, weil die mir eben schon vorausgewählt wurde. So etwas wie ja hier den Feuerlöscher, den hässlichen wegzuretuschieren, das hat mit diesen Tools in Lightroom nicht geklappt, ohne Fehler. Aber in einem Lightroom-Abo ist ja auch immer Photoshop mit dabei und dann muss man halt eben zu der großen Bildbearbeitung wechseln. Apple Photos ist auf dem Mac ja vorinstalliert. Das ist eigentlich für Anfänger wie Fortgeschrittene ein praktisches Programm, um schnell mal zu einem Ergebnis zu kommen, das so ist, wie man es sich wünscht. Einfach deshalb, weil es diese Auto-Buttons gibt, mit denen dann automatisch aufs Motiv angepasst Veränderungen vorgenommen werden. Es gibt immer diese übergeordneten großen Regler für schnelle Anpassungen, aber wenn man dann in die Optionen geht, kann man das noch deutlich granularer einstellen. Also das ist schon sehr praktisch. Der ganze Workflow ist aber jetzt nicht so möglich wie in professioneller Software. Andererseits für iPhone-Fotos, da ist es dann doch die erste Wahl, weil man einfach so etwas wie bei Selfies die tiefen Informationen verstellen, also hier noch unschärfer oder weniger unscharf zu machen oder bei Live-Fotos ein Schlüsselbild auszuwählen, anderes. Also wenn man vom iPhone die Bilder nicht als JPEG überträgt auf den Mac, sondern als Live-Foto, da hat man mit Apple Photos noch deutlich mehr Möglichkeiten und damit ist es da dann doch die erste Wahl. Also Capture One ist zusammen mit Lightroom das Programm, das die beste Bildqualität liefert, also das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt hier auch einen praktischen Button, automatisch anpassen, bei dem man noch auswählen kann, was eigentlich angepasst werden soll. Mit der Drehung funktioniert das nicht immer ganz gut, dass es wirklich dann der Horizont gerade ist. Hier in dem Fall ist es mir auch etwas zu viel eigentlich, also zu kräftig das Bild, aber im Prinzip ist es wirklich toll, was Capture One da hervorkitzelt. Also auch dann die Schwächen des Objektivs zum Rand hin, dass die immer noch so schön dargestellt werden, wo dann andere Software entweder das nicht so gut liefert, dass es nicht so scharf wirkt oder dass es dann eben zu unnatürlich geschärft aussieht. Capture One hat noch so ein bisschen Nachholbedarf bei KI-Funktionen. Es gibt jetzt schon diese Gruppierungsfunktion neu in Version 23, bei denen man eben ähnliche Bilder zusammengruppieren, automatisch gruppieren lassen kann sich. Aber gerade für die Bildentwicklung, da wünscht man sich dann doch noch ein bisschen mehr. Darktable ist eine Open-Source-Software, ist also auch kostenlos, ist echt schwer zu bedienen. Also das fängt schon an, dass manche Sachen nicht so Mac-typisch sind. Wenn ich jetzt hier einen anderen Ordner anklick, passiert erstmal nichts, ich muss doppelt klicken. Also es sind halt so ein paar Feinheiten, die dann echt einem das Leben manchmal ein bisschen schwer machen. Hier ein iPhone Pro-Raw-Bild kann ich nicht öffnen. Im Capture One kann ich es öffnen, da wird es nicht optimal unterstützt. In Lightroom ist es dann noch besser, aber bei Darktable kann ich eben gar nichts damit machen. Bei DxO übrigens dann später auch nicht. Die Dunkelkammer, die hat viele Tools. Man muss aber allerdings wissen, wie man sie bedient und wie man sie kombiniert, damit man zum halbwegs optimalen Ergebnis kommt. DxO-Photolab, da greift man wie bei ACDC auch direkt auf den Feinder-Ordner zu, reicht an die Bildqualität von Capture One und Lightroom meistens fast ran. Nicht ganz auf dem Niveau. Dafür ist aber in der Rauschreduzierung, übertrifft es sie sogar noch mit der KI-Funktion. Und zwar habe ich hier ein ziemlich verrauschtes Bild. Die hohe Qualität, Rauschreduzierung, die ist okay. Die Deep Prime, die ist die mit maschinellem Lernen, die glättet es wirklich schön, ohne die Details zu vernachlässigen. Braucht viel Rechenzeit. Überhaupt ist DxO-Photolab nicht gerade die schnellste Software. Was aber auch noch ganz schön ist für jemanden, der da nicht irgendwie ewig lang an Masken rumbastelt, ist die lokalen Anpassungen. Da kann ich einfach Punkte setzen und die orientieren sich am Inhalt und da an den Kanten, was die genau auswählen. Das kann ich mir jetzt mal einblenden lassen. Ich möchte eben vor allem hinten diese Berge haben. Jawohl, hat geklappt. Ich kann jetzt auch negative Punkte noch hier setzen, damit der vordere Berg da eben möglichst nicht mit reinfließt in die Maske. Und das ist jetzt nicht alles super genau, brauche ich aber für den Zweck gar nicht, dass ich eben sage, ich möchte jetzt nur die hinteren Berge ein bisschen abdunkeln. Ich mache es mal ein bisschen extremer, als vielleicht es gut ist, damit man es besser sieht. Und wenn ich jetzt das an- und ausschalte, sieht man, das ging jetzt super fix und hat den Effekt, den man halt haben möchte. Also das ist ganz schön an DxO-Photolab. Und zum Schluss noch Luminar Neo. Luminar Neo ermöglicht auch nicht so den professionellen Workflow. Das fängt schon damit an, dass man erstmal den Dateinamen suchen muss und gar nicht ganz eingeblendet bekommt. Hier arbeitet man viel mit Presets und KI-Funktionen. Die Presets, ja, die schießen manchmal über das Ziel hinaus. Schauen wir mal, was hier passiert. Also manchmal sind die dann einfach zu satt. Ja, also ich meine, manch einer mag das so auch für Instagram und dann passt es ja. Es gibt dann auch noch so ein paar Schummelfunktionen eigentlich. Also dass man zum Beispiel den Himmel austauscht, was auch mit wenigen Klicks geht. Also Luminar erkennt da auch, was ist der Himmel und was nicht. Bei Personen erkennt Luminar das Gesicht. Und man kann hier zum Beispiel die Haut ganz einfach optimieren. Hautunreinheiten, das braucht ein bisschen, bis es berechnet ist. Aber wenn ich jetzt mal das ein- und ausblende, sieht man, dass jetzt da mit wenigen Klicks Luminar wirklich ganz gut was hingekriegt hat. Und diese automatische Maskierung, die kann ich auch manuell notfalls noch etwas verfeinern, wenn das nicht so geklappt hat. Man kann dann auch noch, ja, die Augen vergrößern, aufhellen, die Augenringe entfernen. Also das geht alles mit wenigen Reglern. Ja, man kann sogar das Gesicht schmälern. Dauert allerdings ein bisschen, bis das berechnet ist. Aber liefert eben auch so ein bisschen ein Schummeleffekt, wo jeder selber wissen muss, ob er es haben möchte oder nutzen möchte oder nicht. Ja, soweit ein Überblick zu der Fotosoftware. Der Testartikel, der steht in der Mac&Eye Ausgabe 1.2023 und auf Heise Plus.